Hey Fritz, schau mal was ist jetzt das? Was ist das? Ja, eine Bierbank, Garnitur und Waschanlage. Sie hat auch jetzt gekannt. Da links kommen die dreckigen, grusigen Bierbäck innen, da in der Mitte waschi, waschi, waschi und da rechts kommen sie wieder raus. Könnte man eigentlich doch ein Mann mal brauchen. Und übrigens, die Mora ist die einzige Brauerei in ganz Österreich, die das hat. Ha, Gott sagt du. Untertitelung des ZDF, 2020